Sport. Sport ist für mich ein Lifestyle. Sport ist für mich nicht nur die Bewegung. Sport macht einen selber fit. Sport ist gut für die Gesundheit, gut für den Kopf frei zu bekommen, um Sachen zu vergessen. Also ich verbinde damit nicht nur einfach die Bewegung oder Lust daran abzunehmen oder sonst irgendwas. Also für mich ist es wirklich ein Lebensstil. Und ja, das ist Sport für mich. Dadurch, dass ich auf meinem Handy die App von Fitnessraum habe, kann ich mir jederzeit die Offline-Kurse runterladen und habe somit die Möglichkeit, mich inspirieren zu lassen. Für mich ist es wichtig, beim Sport immer Abwechslung zu haben. Was auch besonders gut ist, finde ich, der Erinnerungsplan, der immer vorgeschlagen wird. Das hilft auf jeden Fall, sich Ideen zu holen und einfach sich gesund zu ernähren. Aus Liebe zum Fitness. No excuses. Aus